ja hallo zusammen letzte woche kam ja die frage auf in bezug auf die legend gear halter für die neueren modelle der w800 serie ja ihr seht das ist das motorrad meiner besseren hälfte und wir haben ja sozusagen die prototypen dafür gebaut und das hier ist einer dieser prototypen haltung die uns freundlicherweise von swmotech zur verfügung gestellt worden sind die frage war ja ob die original halterung die man jetzt bei swmotech fertigten anbietet auch an die älteren modelle passt und die antwort ist ja das tut sie sieht ein bisschen anders aus man hat es hier mit einem distanzstück unterlegt das hier hinten mit einer normalen schraube festgemacht aber es passt also es passt an die 800 mk1 modelle als die erste serie das passt aber auch an die w650 und das ist die info die ich euch weitergeben wollte und ich hoffe ihr habt spaß damit bis bald schöne feiertage ciao